Andrej Kostolany hat 10 Verbote für die Börse aufgestellt, also 10 Dinge, die man an der Börse nicht machen sollte, wenn man erfolgreich sein möchte. Wir haben natürlich eine direkte Quelle, das Buch Geld und Börse, die Kunst, ein Vermögen zu machen, auch abgesehen von den 10 Verboten, sehr empfehlenswert. Wir starten direkt mit dem ersten. Tipps nachlaufen, Geheiminformationen ablauschen wollen. Wir kennen es alle, irgendeine Aktie ist ganz heiß im Gespräch, überall. Es gibt ja so diese klassischen Privatanlegeraktien, die müssen auch gar keine hohe Marktkapitalisierung haben. Die hat dann zum Beispiel mal einen Frank Thelen in sich ins Depot gelegt und dann auf einmal spricht jeder über die, selbst wenn die nur eine Marktkapitalisierung von ein paar hundert Millionen Euro haben. Die sind überall im Gespräch, jeder ist ganz heiß und dann will man ohne Recherche, weil das ja alles so logisch klingt, einfach nachkaufen. Was heißt nachkaufen? Erstmal sich selber die ins Depot legen. Das sollte man auf gar keinen Fall machen. Immer eigene Recherche machen, nicht blind irgendwelchen Tipps hinterherlaufen, weil selbst wenn es eine gute Aktie sein sollte, sobald die mal fällt und du hast nicht selber recherchiert, dann weißt du ja gar nicht, was du hast. Du wirst nervös, du weißt nicht, was du machen sollst, dann wirfst du die aus dem Depot, obwohl es vielleicht sogar eine gute Firma ist. Also auf keinen Fall ohne eigene Recherche selber kaufen, auf keinen Fall irgendwelchen Tipps hinterherlaufen. Verbot Nummer zwei. Zu glauben, dass die Verkäufer wissen, warum sie verkaufen oder die Käufer, warum sie kaufen. Das heißt, dass sie mehr wissen, als man selbst. Ein klassisches Beispiel sind Insider-Verkäufe oder Käufe. Klar, wenn ein CEO von einem krisenlenden Unternehmen auf einmal 80% seiner Aktien von dem Unternehmen aus dem Depot schmeißt und verkauft, dann sollte man natürlich hellhörig werden, das ist gar kein gutes Zeichen. Aber wenn mal irgendein Vorstandsmitglied für ein paar hunderttausend Euro Aktien verkauft, das kann ganz private Gründe haben. Beispielsweise er kauft sich eine Immobilie oder will irgendein teures Geschenk für seine Frau kaufen. Nur mal so als Beispiel, da muss man nicht immer alles überdramatisieren. Insider-Käufe und Verkäufe sich anzuschauen, hat also schon seine Berechtigung. Aber da muss man schon hinschauen, was für Summen sind das und nicht direkt da wegen jedem Euro, der da mal gehe oder verkauft wird, da ein Riesendrama daraus machen und danach seine Verkaufsentscheidung ausrichten. Das gleiche gilt auch für Fondsmanager, wenn die mal eine Aktie aus dem Depot werfen. Vielleicht haben die einfach gerade Kapitalabflüsse aus dem Fonds. Vielleicht haben die hier noch eine attraktivere Chance, die sie sehen. Das muss nicht immer direkt was Schlechtes über das Unternehmen bedeuten. Und andersrum natürlich genauso. Drittens, Verluste zurückgewinnen zu wollen. Kostolani hat da mal was sehr Cleveres zugesagt. Man kann an der Börse Geld gewinnen, man kann Geld verlieren, aber Geld zurückzugewinnen ist unmöglich. Du kannst kein Geld zurückzugewinnen. Mit der Einstellung, da geht ja auch meistens mit einher, dass man die Risiken erhöht, um halt eben das alles wieder zurückzugewinnen. Und das führt meistens dazu, dass man noch mehr Geld verliert. Also gar nicht erst versuchen, Geld zurückgewinnen zu wollen. Viertens, Rücksicht auf alte Kurse nehmen. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass ich mir jetzt gerade die Tesla-Aktien gekauft habe. Da bringt es jetzt auch nichts, sich darüber Gedanken zu machen, wie tief die Kurse doch noch vor ein paar Jahren gestanden haben. An der Börse musste man einfach den Ist-Zustand bewerten. Das Unternehmen hat sich halt auch fundamental extremst verändert in den letzten Jahren. Da bringt es nichts, irgendwelchen alten Kursen hinterher zu trauen. Andersrum geht es natürlich genauso. Ich habe es schon ein paar Mal mitbekommen, wie Leute so ein bisschen gedacht haben, hey, ich kaufe jetzt die und die Tech-Bude. Die ist jetzt gerade 90% unserer Allzeithoch und die muss jetzt nur wieder das Allzeithoch erreichen. Also nur wieder den Kurs, wo sie schon mal gewesen sind. Und dann habe ich einen Ten-Bagger. Die Rechnung ist natürlich kompletter Quatsch. Nur weil die Aktie da einmal früher gestanden hat, heißt es nicht, dass die nochmal irgendwann wieder dahin kommen muss. Gerade bei den ganzen Tech-Aktien, die jetzt gerade so abgeschmiert sind. Besonders die kleinen. Viele werden diese Kurse einfach nie wieder erreichen. Verbot Nummer 5. Auf Wertpapieren einschlafen und sie vergessen, in der Hoffnung, einen besseren Kurs zu erreichen. Das heißt, keine Entscheidungen zu treffen. Ein gutes Beispiel für das Wirecard. Irgendwann war ja klar, das Unternehmen ist am Arsch. Also der Privatanleger wird hier keinen Cent mehr bekommen. Da kommen noch zuerst 100 andere Gläubiger. Und danach, wenn schon längst nichts mehr übrig ist, dann würde mal irgendwann ein Aktionär kommen. Und trotzdem hat die Aktie teilweise noch bei einem paar Euro notiert. Steinhof ist ein ähnliches Beispiel. Eigentlich die ganzen insolventen Buden, wo irgendwann vollkommen klar ist, der Aktionär sieht hier keinen Cent mehr. Das Unternehmen ist null na danniente Wert. Also wirklich absolut gar nichts mehr. Und trotzdem werden diese Unternehmen teilweise noch für viele zig, hunderte oder teilweise sogar Milliarden Euro an der Börse gehandelt. Egal wie viel Geld ihr damit verloren habt, ob ihr jetzt einen Kursverlust von 80, 90, 95 Prozent habt, Hauptsache da steht noch was. Das Geld, was es noch wert ist, das gilt es dann noch zu retten. Also einfach verkaufen, egal wie hoch die Verluste sind. Weil egal was ihr dafür bekommt, ihr bekommt da Geld für, obwohl es eigentlich überhaupt nichts mehr wert ist. Verbot Nummer 6. Die Kurse ununterbrochen in den kleinsten Variationen verfolgen und auf jeden Sing-Sang reagieren. Es bringt nichts, sich fünfmal am Tag ins Twirt Republic-Konto einzuloggen und da immer die Kurse zu verfolgen. Es reicht vollkommen aus, wenn man sich da alle paar Tage mal einloggt oder einmal die Woche oder irgend sowas um den Dreh. Okay, dann ist man gut dabei. Dieses 20 Mal am Tag draufschauen, das macht nur nervös, man wird emotional und das führt einfach nur dazu, dass man unüberlegte, emotionale Entscheidungen trifft. Verbot Nummer 7. Permanent Bilanz machen, in welchem Gewinn oder Verlust man ist. Kauft euch einfach Aktien, von denen ihr überzeugt seid, die ihr gut analysiert habt, wo ihr genau wisst, was ihr daran habt. Und dann ist es auch vollkommen egal, ob die jetzt mal 10, 20 Prozent runtergehen oder 10, 20 Prozent hoch. Natürlich, wenn es irgendwelche fundamentalen Veränderungen gibt, dann gilt es, sich das anzuschauen. Aber da muss man nicht immer fünfmal am Tag hier gucken oder auch nicht alle paar Tage. Hier bin ich 20 Prozent im Minus, da 30 Prozent im Plus. Das bringt überhaupt nichts, das macht einen auch wieder nur nervös und führt dazu, dass man unüberlegte, emotionale Entscheidungen trifft. Verkaufen, nur weil man einen Nutzen nehmen will. Etwas komisch formuliert, gemeint ist damit, dass man nicht immer seine Aktien verkaufen soll, nur weil die mal gerade 10 Prozent gestiegen sind, obwohl man eigentlich noch von der langfristig guten Entwicklung des Unternehmens, der Aktie, weiterhin überzeugt ist. Das machen leider ganz viele Anleger so, dass sie bei ein paar Prozent Gewinn sofort alles verkaufen, nach dem Motto, hier an Gewinnmitnahmen ist ja noch keiner gestorben, stimmt, aber viel Geld verdienen hat damit halt eben auch noch keiner. Aber wenn es nach unten geht, da bleiben die dann da wirklich komplett standhaft dabei, egal was passiert, egal wie schlecht die Entwicklungen in der Firma sind. Und das macht einfach gar keinen Sinn, dass man nach oben immer nur ein paar Prozent mitnimmt, aber nach unten immer Risiko ohne Ende hat. Verbot Nummer 9. Emotional sich von politischen Sympathien oder Antipathien beeinflussen zu lassen. Ich denke, dafür ist jeder anfällig, dass man irgendwelche Unternehmen, die man besonders cool findet oder besonders blöd findet, deshalb halt auch eben anders beurteilt. Ein klassisches Beispiel dafür für mich ist Meta, Facebook. Viele finden Meta und auch Zuckerberg einfach richtig doof. Und deshalb sagen ganz viele, dass Zuckerberg, das ist ein ganz schlechter CEO, die Firma, die hat doch gar keine Zukunft mehr, obwohl das eigentlich überhaupt nicht die Realität widerspiegelt. Es spiegelt überhaupt nicht die Bilanz von Zuckerberg wieder, es spiegelt überhaupt nicht die Bilanz von Facebook oder beziehungsweise jetzt von Meta innerhalb der letzten Jahre wieder. Da lassen sich ganz viele von beeinflussen, dass die das Unternehmen einfach blöd finden und deshalb muss auch die Aktie jetzt auf einmal ganz schlecht sein. In die andere Richtung geht es natürlich genauso. Ein gutes Beispiel dafür ist die Berliner Immobilienpolitik. Viele Anleger fanden das ziemlich blöd, was die Berliner Landesregierung da gemacht hat, auch zu Recht, wie ich finde. Und bei vielen hatte man da den Eindruck, die haben sich dann gedacht, okay, dann kaufe ich erst recht jetzt Berliner Immobilienaktien. Also jetzt gar nicht, dass die jetzt besonders schlecht, wahnsinnig schlecht gelaufen sind, jetzt Deutsche wohnen und sowas. Aber da haben sie sich, oder zumindest schon sehr, sehr viele, sie ist natürlich ein bisschen verallgemeinert, aber da haben sich sehr viele von ihren politischen Überzeugungen beeinflussen lassen. Viele haben da gedacht, okay, ihr wollt denn jetzt einen reindrücken, dann kaufe ich erst recht Berliner Immobilienaktien. Jetzt kommen wir zum zehnten Verbot. Das ist, glaube ich, auch so ziemlich jedem schon mal passiert, übermütig zu werden, wenn man einen Profit erwischt hat. Man neigt nun mal dazu, wenn man einen Profit gemacht hat, und zwar einen sehr großen Profit, dass man das dann dem eigenen Genie zuschreibt und nicht irgendwelchen Glücksfaktoren. Dabei ist es an der Börse oft so, dass man halt eben einfach nur Glück hatte und ein großer Gewinn jetzt nicht an der eigenen Superintelligenz oder Superanalyse gelegen hat. Deshalb immer demütig bleiben, vor allem bei großen Gewinnen. Ansonsten passiert das ganz schnell, dass man beim nächsten Aktienkaufen ein bisschen übermütig wird und sämtliche Risiken ausblendet. Das waren die zehn Verbote von Andrej Kostolani, wie ich finde, ziemlich aktuelle, auch nach wie vor, ziemlich wichtige. Sollte jeder immer mal von Zeit zu Zeit gucken, ob da irgendwas gerade auf ihn zutrifft, ob er da irgendeinen Fehler gemacht hat, der in der Liste vorhanden war. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, gerne liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal.